Hallo Leute, heute zeige ich euch wie ihr auf Forsaken die neue Crystal X bauen könnt. Ihr braucht dazu drei Teile. Das erste Teil bekommt ihr, wenn ihr hier im Keller mit Abdomination so ein Kristall antastert. Also da muss ihr einen Blitzstrahl einfach auf so ein Kristall drauf machen. Sobald ihr dann ein Kristall angetastert habt, dann wird es hier so eine Geode. Und dann könnt ihr die nehmen, das ist das erste Teil. Für das zweite Teil braucht ihr einen Flammenwerfer und ironischerweise müsst ihr jetzt mit dem Flammenwerfer einfach einen flammenden Zombie töten. Also einer der brennt, einfach mit dem Flammenwerfer drauf gehen und ihr droppt euch dann das nächste Teil. Und das dritte Teil bekommt ihr fünf Runden, nachdem ihr die Abriegelung aktiviert habt, beziehungsweise Packe Punch aktiviert habt. Wenn ihr nicht wisst wie das geht, dann verlinke ich euch hier oben ein Video. Kommt hier bei Gym Donuts so ein Orb runter. Dann müsst ihr einfach nur dann hier beim Orb Zombies töten und den ein bisschen füllen. Und wenn ihr dann voll ist, dann droppt ihr euch das dritte Teil. Wenn ihr jetzt alle drei Teile habt, dann müsst ihr jetzt nur noch zum Partikelbeschleuniger runter. Und hier in das Aquarium alle Teile einlegen. Und dann müsst ihr noch ein paar Zombies messern. Also einfach nur hier vor dem Ding die Zombies messern, dann gehen die Seelen rein. Das braucht nicht viele. Und wenn ihr die dann habt, dann kommt die Axt hoch. Total easy. Also wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein. Peace. Noticias K Madness Noticias K 집 Noticias Kärn